Moin moin und herzlich willkommen zu The Forest. Ist jetzt nach dem Besuch jetzt vielleicht ein, zwei Stunden vergangen. War auf die gestrige Folge, ist ja immer noch derselbe Tag, wo ich das aufnehme, aber nach der gestrigen Folge war das schon ein bisschen wild geworden, so mit den ganzen hier Anrufen und den Besuch und so weiter, dass das alles genau dann kommt, wenn ich aufnehme. Und da habe ich mir dann gedacht gehabt, okay, wenn es jetzt eh so wild wird, beende ich erst mal die Aufnahmesession, mache ein bisschen später weiter, habe mich jetzt mal jedem wieder zurückgemeldet, nochmal angerufen, mich um den Besuch gekümmert. Den habt ihr auch gestern noch gesehen gehabt, den Sally. Und ja, war dann halt ein bisschen wild. Aber jetzt können wir uns geprost um das Holz wieder kümmern und vielleicht den einen oder anderen Bambi wieder, damit wir unsere Vorräte da aufstocken können. Müssen da jetzt auch mittlerweile genug Bäume wieder nachgewachsen sein, dass wir uns darum kümmern können. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt heute kommen. Denn dieses Mal ist es jetzt wieder eine Baufolge, wollte ich wieder ein bisschen länger machen, weil wir wollen das da oben ja fertig haben. Und ihr seid bestimmt genauso erwartungsvoll, wie das dann am Ende aussieht, wie ich. Ich dachte, der Stein da wäre eine Schildkröte. Na du? Ich habe ein neues Haustier. Das Haustier. Das Ding da oben wollen wir ja alle fertig haben. So gehe ich von aus. Und das Spiel neigt sich ja auch schon langsam dem Ende zu. Auch wenn ich das jetzt mit den Baufolgen hier in die Länge ziehe. Aber ja, dafür habt ihr auch längere Baufolgen. Okay, die letzten zwei oder drei Folgen müssen das jetzt gewesen sein. Ich will jetzt auch nicht lügen. Also drei Folgen waren das. Das waren jetzt wieder eine normale Länge. So zwischen 20 und 30 Minuten. Weil da sind wir ja eh nur hier rumgelaufen. Hatten ein bisschen Benzin gesucht gehabt. Drei oder drei Folgen müssen da glaube ich gewesen sein. Weiß ich jetzt. Obwohl es gerade eben noch ein gewesen war für mich. Kann ich mich jetzt schlecht daran erinnern. Weil ich auch während den Aufnahmen immer wieder, das habt ihr selber gesehen, immer wieder kurz pausiert habe, die Aufnahme und das Spiel. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Mit dem Flos. Ja, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Und dann parken wir hier vorne hin. So. Das müsste reichen. Dann wechseln wir mal auf den Speer. Ja, schön. Bäume sind wieder da, einigermaßen. Es war jetzt nicht so viele, wie wir es ursprünglich glaube ich mal hatten. Ich glaube, die Bäume waren ja mal bis hier vorne hin. Das ist aber auch schlimm, wie ich hier alles noch abgeholzt habe. So, dann wechseln wir mal hier drauf. Und jetzt geht das Bäume schlachten wieder los. Und jetzt geht das Bäume schlachten wieder los. Da fliegt er. Ich glaube, das müsste fürs Erste reichen. Notfalls fällen wir gleich nochmal ein paar Bäume. Und hier noch ein paar Stickies. Da wird jetzt schon wieder dunkel. Was wirklich so spät, als ich gestern noch, beziehungsweise heute noch speichern gegangen bin, in der gestrigen Folge. Und zu voll. Da müssen wir uns beeilen. Okay. Und hier. Und hier. Dann machen wir jetzt ausnahmsweise mal nur das, was wir hier haben, aufs Boot. Ich jetzt gerade einfach versuche, drei Baumstimmungen mitzunehmen. Schön wäre das, wenn es funktionieren würde. Haben wir es weg. Das sind die letzten beiden, glaube ich, die hier rumliegen. Gut, dann nehmen wir die so mit. Dann werden wir jetzt heute wahrscheinlich an dem heutigen Tag nicht mehr viel machen. Und holen wir uns halt die nur die Baumstämme und die Stickies, die wir jetzt haben. Gehen rüber. Gehen da nochmal pennen. Hat ein Ruckler. Aber ich hoffe, jetzt wird es wieder regnen. Hat vom Waldchen echt nicht mehr geregnet gehabt. Obwohl wir ein paar Tage hatten, wo es dauerhaft geregnet hatte. Aber weiß man ja bei The Forest, glaube ich, nie. Zurecht. Wann es mal regnet und wann nicht. So, dann heißt es jetzt für uns erstmal wieder rüber. Komm. Komm. Ja, dann nehmen wir halt die Stickies wieder. Müssen auf der Seite bleiben. Okay. 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 Ich müsste mir aber auch echt ein anderes Floß mal bauen. Sowohl das andere, das kleine für eine Person. Ist nicht mal annähernd so komfortabel, sage ich jetzt mal, zum Transportieren wie das hier. Nee, du kannst hier nicht landen. Ich muss los. Ja, jetzt wird es auch wieder dunkel. Beziehungsweise schon dunkel. Ja, schauen wir mal, wo ich dann die Stickies hier rein klatsche. Oh, Legionärskohorte spielt Yu-Gi-Oh! Master-Duel. Schön, dass das immer hier angezeigt wird. Obwohl ich die Einstellung eigentlich ausgeschaltet habe. Dass es trotzdem mir mal angezeigt wird. Aber, naja. Wenn ihr aber Bock habt, Yu-Gi-Oh! zu spielen oder so auf Steam, könnt ihr ihm gerne mal eine Anfrage schicken. Wenn ihr auch keine Leute habt, die Bock haben, das mit euch zu spielen. Er spielt sowas gerne. Vielleicht freut er sich sogar. So weiß ich es nicht. Dann ganz schnell ins Bett. Können wir schon pennen? Ja. Dann haben wir jetzt wieder grünen Morgen. Hunger und Durst. Ah, komm, wir essen den hier mal. Und trinken tun wir 31 Prozent. Und jetzt leer. So, dann packen wir eben das alles hier drauf. 3 Prozent. 4 Prozent. Ich kann auch die Musik mal wieder anmachen. Bist du noch da? Irgendwo? Was hat ein Spieler? Da ist er. Ja, Mann. Haben wir wieder Musik. So, und hoch. Stimmt, wir können dann auch eben ganz schnell die hier fertig machen. Dann hätten wir wieder Gärten. Hier wachsen die auch schon langsam. Hallo? So machen vielleicht. Ich fress die jetzt alle erstmal wegen den Samen. Gibt's hier aber auch wieder welche? Nö. Dann wechseln wir mal wieder hier drauf. Müsste auch schon bald fertig werden. Dann haben wir hier noch Papier. Dann können wir da auch noch demnächst anfangen. Mit den... Hallo? Einfach nur allein aus dem Grund, dass wir hier das ein bisschen grüner haben. Ah, nice. Der ist fertig. Dann fangen wir mal mit demnächst hier an. 46. Müssen wir hier auch nochmal voll machen. Fünf. Dann fehlt hier noch einer. Da haben wir unten noch sie... Ne, 14. 14 haben wir noch. Ein Baum stemmen. Dann können wir gleich nochmal welche holen. So und da rüber. Ja. Ja. herr komm ich bin hoch hallo jetzt ist die frage können wir von hier daran ja können wir so das heißt jetzt gleich wieder rüber rüppern wieder bäume schlachten haben wir schon von josen sehen wie das aussieht gehen wir mal dahin das wird nicht mal so schlimm sein hier außer diese lücke hier aber naja kann man nichts ändern ich frage mich wenn das hier alles fertig ist hallo so dann ab aufs festland aber ich froh sind eigentlich musiklaus und so weiter ich habe die wirklich ewigkeiten nicht mehr gesehen oder gehört nicht dass die jetzt komplett ausgelöscht sind irgendwie wünsche ich mir dass die uns mal wieder attackieren oder so zu besuch kommen oder zumindest dass wir die mal wieder gesehen haben ich finde schön dass die bäume da wieder nachgewachsen sind sobald das gebäude hier fertig gebaut ist werden dann nicht mehr so viele bäume hier gehen müssen und hier erstes stickies dann sind es nur noch die schildkröten und die rehe die dran glauben müssen die bambis so so haben wir wieder besuch nachbarn wieder nein nicht den sondern gehen wir uns haben wir jetzt nicht mehr aber wir müssen genau hierhin die bäume hier zu nehmen wir sind mal so dreist was fällt auf einen von denen die sind noch da oben hier 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 hey nehmen wir die man mit wir haben davon ja so ein feuer den machen wir dann schon mal an und wechseln vielleicht vorsichtshalber noch mal zur axt und blut überströmt kommt das wir haben vier stück von denen ausgeschaltet einer oder zwei sind abgehauen weiter hier noch einer dann können wir gleich wieder ein bisschen knochenrüstung machen ich hoffe die holt jetzt mal mosen jonas und sommer dran ich habe bock mich wieder mit denen zu fetzen lag doch irgendwo noch einer keine ahnung machen wir das mal aber so und den nehmen wir auch noch dann wechseln wir wieder hier drauf und nehmen den hier mit wo ist mein wagen da wir gehen mal kurz uns waschen bevor wir gleich irgendwie infiziert sind oder so oh da ist auch schon langsam abend nein ich fand das eine coole idee einfach mal mit so einem speer so eine milve ausspießen und den nehmen wir noch mit dann machen wir mal dann haben wir wieder ein paar knochenrüstung hier 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 Ja, wir haben ihn erwischt. Wieder ein Rehfell, nice. Und wieder viel Fleisch. Da werden Vorräte wieder gesammelt. So, den haben wir noch nicht ganz voll, aber hier noch sieben für den. Wir müssen ein bisschen Ausdauer tanken. Ausdauer ist echt wieder niedrig. Und hungrig sind wir auch noch. So, das musst du reichen. Nee, dann vergessen wir das mal mit Möwen. Okay. 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 ein blick noch einer 23 sogar hier liegt noch einer ging aber ganz schön viele hier hier ist noch einer war noch einer da den packen wir mal nach vorne in den beiden ich hoffe wie wird das ding hier nicht hier versenken oder so kaputt gehen nur weil es wälfte im wasser ist ich hatte schon angst gehabt ich hatte schon angst gehabt hier hinten liegt ja auch noch einer und dahinten sind noch welche ich da abgelegt habe mit dem baumstamm noch mal die kettensäge und den hier noch ich hoffe das wird reichen einen können wir noch können wir hier einmal auffüllen und dann und 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 dann sagen wir noch den rest ein und doch ist einfach voll machen hier parken mit reichen hallo da ist nichts mehr da oder ich sehe zumindest keine baumstimme mehr mal gucken ob wir sicher keine baumstimme hier liegen gelassen haben die zumindest keine mehr das stück fleisch nehmen wir mit dann schnell wieder zurück mal feuer machen so ein kleines stück fleisch packen wir drauf im grunde hätten wir noch einen baum schlachten können aber dafür hatten wir ja nicht mehr zeit weil wir wollen ja noch kennen damit die bäume auch nachwachsen aber ich finde schön dass wir hier die sachen einfach stehen lassen können ohne dass sie zerstört werden ja okay ich habe auch zerstörung von gebäuden und objekte eigentlich ausgeschaltet einzige glaube ich was dann kaputt gehen könnte werden tatsächlich die baumhäuser und so weiter weil die bäume können ja so oder so zerstört werden und wenn wir da als beispiel so ein baumhaus hätten und so ein galoppelhainz da gegen so ein baum boxt wo unser wo unser haus dran ist unser baumhaus dann wäre wenn er dagegen boxen würde ja ich glaube dann würden wir unsere behausung auch ganz schnell verlieren an sich so ein baumhaus wäre zwar praktisch aber ist nicht gerade das sicherste meiner meinung nach so wie weit ist die nacht schon wo ist denn der mond wir gehen gleich sofort schlafen alles andere kümmern wir uns dann später am morgen oder so und sauber eingepackt wieder wohl fleisch können wir noch aufhängen was verdirbt so hier hier und hier dann ist der hier voll und dann machen wir den und oder warte wir essen den hier und hängen den hier natürlich haben wir wieder hunger wo ist zum glück noch nicht so schlimm und jetzt auch wieder du ist natürlich weil es soll mal langsam wieder regnen wir brauchen wasser ja das voll so langsam ausgehen finde ich lange das feuer da ist wenn ich da nicht weil ich möchte jetzt nicht gerne feuer fangen so so ich mache mal eben die musik für mich an ohren ein bisschen leiser und ordentlich in die ohren rein das feuer nicht langsam ausgehen wirklich ich glaube er geht gleich aus und dann ab nach oben wo so ein bisschen entspannt laufen aber wir wollen das ja schnell fertig haben ja die stick ist können wir jetzt hier ja gerade nix neu ist er zugekommen was hallo wieder neue blaubeeren schon gewachsen ja eigentlich schon aber so würde ich die dann wohl er noch nicht nehmen wollen die so klein sind lasse ich noch ein bisschen wachsen hallo weißt du was wir gehen außen rum weil da so zu springen und dann irgendwie den punkt zu treffen nervt schon ein bisschen das hier wäre auch nervig oder ist auch nervig aber da sind wir schneller was das hier aufbauen angeht als wenn wir die ganze zeit so springen müssen und dann nicht retten hier denke ich auch noch in ordnung und ich bin mir nicht ganz sicher aber von irgendwas hat das ja auch ich weiß nicht welchem stil das jetzt quasi ähnelt aber erinnert mich auch ein kleines bisschen so an dunkles mittelalter so vom baustil vielleicht liege ich auch vollkommen daneben kann aus sein aber erinnert mich auch ein bisschen so voran an das dunkle mittelalter so was ich da gemacht habe das feuer brennt immer noch erst mal die gs alle sammeln hier können wir eigentlich schon rennen wir müssen nur aufpassen dass wir nicht direkt ins feuer rennen da und so はい Nein. Hä? Hallo, das wollte ich nicht. Aber hier so rum. Ah, da kriegen wir wahrscheinlich sogar noch fertig mit dem, was wir da haben. Und hier so rum. und mal wieder zurück ich glaube wirklich in einer der nächsten beiden folgen haben wir das ding die festung hier fertig ja wir müssen uns gleich mal kurz hinsetzen ausdauer tanken so fehlt uns noch 39 von 46 also 77 brauchen wir noch wir setzen uns mal ganz kurz dahin ist ein ausdauer tanken dann kann ich mal eben diese heizung hier unten ausschalten ist verdammt warm und wenn es zu warm ist dann juckt mir auch mein gesamtes gesicht und so weiter und mag ich gar nicht übelst warm dadurch die heizung jetzt an hatte weil vorhin war es hier kalt hatte mir gedacht dann mag ich die heizung an jetzt übelst warm hier so noch fünf heißt einmal runterfahren holen und dann haben wir das dach auch fertig vom hauptgebäude dann fangen wir schon mit dem nächsten da eigentlich an was ich hier gerne mal machen würdet suchen wir mal die lochsäge und dann eine treppe hier irgendwo nein so vielleicht am besten genau so ja so wäre es am besten finde ich dann machen wir eine treppe von da nach hier hin schauen wir mal eigene treppe genau dass wir dann von hier irgendwie ich glaube das muss eigentlich so sein mittlerweile wir die dann hier so irgendwie bauen nein kleines bisschen und dann so so ach nicht ganz nicht ganz dass das dann ab hier irgendwo anfängt und dann hier also wie das so wäre es in ordnung so wird es passen dann haben wir hier auch nicht mehr diese blöde platte immer so nervt und dann gehen wir nochmal runter einmal der drehfell wieder dahin platzieren so ja Feuer ist aus was wäre ich runter gefallen schau 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 Das war's. haben wir jetzt wieder voll machen wir das da oben erstmal fertig und dann die Treppe die Treppe können wir auch jetzt zuerst machen dann können wir einfach durchs Hauptgebäude rein und dann hoch wie viel braucht der? acht geht in Ordnung acht Baumstämme haben wir ja komm so ja dö 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 nice, haben wir fertig brauchen wir hier nur noch so ein Geländer dann haben wir den hier jetzt auch fertig können wir hier anfangen können wir auch einfach hier so durchgehen wie viel brauchen wir? was steht da? 72 ja sonnerwetter ey und wir haben nur noch vier Baumstämme unten ja, schauen wir mal wie wir das anstellen jetzt müssen wir auch schon wieder trinken wird jetzt schwer wenn es nicht regnet regnen, so soll es auf jeden Fall vorbei dann können wir auch schon wieder die war so dann können wir hier jetzt langsam planen mit dem ich wollte ihn so haben genau und hier einmal so und dann hier nach unten den machen wir weg und den teil der das ganz unten geht machen wir auch mal weg da wir es nur hier ja den teil müssen wir dann ungutes gefühl dann richtig ungutes gefühl ja der ist komplett hier weg machen wir das so dass das von hier unten anfängt hier und dann nach oben mit dem soll so gehen hallo ja ok wird funktionieren ist zwar nicht gerade schön aber wird funktionieren auf jeden fall wenn wir da vielleicht auch noch mal so was in der richtung machen dass der einfach hier kurz einfach mal so da rein geht in ordnung aus finde ich dann haben wir hier im raum und oben noch mal so einen eigenen als hauptgebäude für hier oben sieht das aber baba aus hier haben wir noch fälle zum ablegen die können wir aber auf das andere hin mal rüber packen bildschwein und echsenhaut hier hin dann legen wir uns mal gleich wenn nachdem wir gegessen haben und ich hoffe es regnet dann am nächsten tag hoffe es wirklich na wir essen von hier ansonsten dürfen wir uns gleich mal auf der suche nach hier äh soda wieder machen denn das ding ist schon leer und oben ist alles auch leer ja wir können noch nicht pennen was machen wir dann jetzt erstmal nochmal rüber gehen und gucken wie das von oben aussieht weil bis es dunkel ist müssen wir noch warten und äh solange es dunkel wird und dunkel ist können wir auch noch nicht rüber um bäume zu fällen wir könnten aber hier mal so einen weg planen wo haben wir den oder da war der doch oder felsfahrt genau und hier einfach mal hier hin so und dann sagen wir so so und dann bis hier haben wir keine steine mehr zum glück haben wir drüben steine aber dass wir hier dann auch so einen felsfahrt haben jetzt damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht und so können wir auch von unten nochmal die kleine voll machen oh hier liegen noch ein paar steine da kommen wir aber nicht dran und hier und hier da kommen wir wieder voll hier nehmen wir auch mal mit und zwei steinchen noch gab es da noch irgendwie patronen oder so da drinne ne nur nochmal ein pistolenteil halt müsste mal schauen wo wir die alle nochmal gefunden hatten so jetzt müsste es aber dunkel genug sein damit wir pennen können wer weiß vielleicht können wir wirklich noch eine zweite pistole und dann wie akimbo damit mit zwei pistolen und so würde ich mega feiern wirklich ja wir müssen aber immer noch ein bisschen warten ne da wollten wir nicht hin wir können auch eben unten nochmal steine sammeln damit wir da oben das was wir auch genommen haben hier auffüllen können so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ah ne jetzt haben wir zehn machen wir eben oben voll machen wir eben oben voll Stein ist eigentlich das einfachste was man hier sammeln kann so jetzt müssen wir gleich pennen können wir eben auch wir werden jetzt nicht nochmal steine sammeln gehen juckt die nase immer noch übel so, wann können wir pennen? muss jede minute sein so, wann wohnen laufen da jetzt aber nicht rum? ja, jetzt können wir dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen und ihr werdet hier halt nur einen kleinen Cuts sehen und dann sehen wir uns gleich wieder so, da bin ich auch wieder dann gehen wir jetzt eben ganz schnell was essen trinken noch eine Limo eben und hoffen wir mal, dass es heute mal wieder regnet weil es wird schon langsam auch mit den Vorräten knapp müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie auch anders an Wasser kommen aber jetzt müssen wir erstmal wieder rüber weil zacken ja, ich frage mich auch, warum kann man nicht hier diese Trinkschläuche ein paar mehr machen und alles was man aufgesammelt hat quasi in mehrere Trinkschläuche packen dass man dann einfach den leeren da ablegt und wenn es wieder regnet dann den voll nehmen oder alle voll machen besser gesagt meinte ich oder eigentlich weiß ich nicht ob das geht wisst ihr das ob das geht eigentlich mit dem Trinkschläuche dass man mehrere haben kann so dass man die auch irgendwo ablegen kann vielleicht muss ich dann jetzt dafür Regale bauen oder so müsste ich mal auch ausprobieren was geht aber schreibt mir das mal wenn das wirklich geht so äh ich glaube nicht dass ich das jetzt in dieser Folge noch ausprobieren werde rausfinden werde aber wenn das möglich ist ähm ich werde das dann sofort machen auf jeden Fall dann wenn wenn ich weiß dass es möglich ist dann seht ihr hier wie ich dann hier 100 dieser Trinkschläuche mache und dann einmal alle auffüllen und äh hier direkt dann das wird reichen holen wir uns mal den Speer als hier noch ein Bambi rumläuft dann können wir auch mal ein bisschen aufspießen wir gehen mal hier hin wir gehen mal hier hin war auch erstmal hier voll wir gehen mal hier hin wir gehen mal hier hin wir gehen mal hier hin Oder doch nicht den. Aber den. Dann wechseln wir hier wieder drauf. Auch schon wieder fast leer. Ging aber schnell unter. Dann machen wir die Gruppe hier noch weg. Ob da irgendwas laufen ist. Ah, ein Bambi. Ah, ist gleich schon alles leer. Bambi. Ja, okay, dann nicht. Bambi will noch ein bisschen weiterleben. Dann nehmen wir noch die. Bambi. Bambi. Ja, das wird reichen müssen, ne? Dann können wir auch wieder sammeln. Gibt es aber irgendwas, was mir noch fehlt hier, was ich bauen kann, craften kann oder sowas. Irgendwie eine Tasche oder sowas, das ich noch nicht gemacht habe. Oder haben wir schon alles gecraftet, alles gefunden. Bis auf diese Axt, die noch fehlt. Also, jetzt sind wir noch etwas drauf. Hier ist es... hey wo ist mein sperr jetzt wo ist bambi suchen wir uns gleich einen anderen bambi das wird nämlich nicht der letzte beim design den wir hier wo es auch vor einer weile recht verdächtig war dass kein bambi da war und dann kurze zeit später haben wieder einer dieser großen mutanten also hier dildo dann kam dann ja 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 ich glaube wenn die tiere verschwinden ist das schon ein anzeichen wirklich dass die bosse kommen den bambi kriegen wir nicht mehr den bambi komm schon noch nicht sein wie schlecht werfe ich gerade immerhin haben wir den erwischt beim ersten versuch da haben wir die jetzt wieder voll ja 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 noch ein paar bäume müssten wir machen glaube drei bäume oder wenn er noch ein paar baumstände rumliegen 2 ja hier liegt noch einer liegt auch noch einer machen wir mal die stick ist wieder cool so wie ich den nicht mitgenommen hier ist noch einer und das war's kann jetzt noch einmal den und den hier da kommen wir nehmen die axt wieder kleine können wir wieder gut sammeln finde ich und haben jetzt wieder voll und haben jetzt wieder voll hallo bambi mal schauen liegt hier noch irgendwo ein baumstamm rum irgendwo einer kann ja sein dass wir einen übersehen haben weggeflogen ist oder so aber ne anscheinlich nicht dann haben wir halt dieses mal 10 8 8 9 1 100 1 2 hier ist voll dann hier wohl von der zeit her können wir noch einen baum schlachten aber dann nehmen wir einen kleinen wir nehmen den hier der ist ja nicht so groß wenn wir den auch so holzen so geht wohl passen wir haben wieder hunger aber wir fahren wieder rüber die silhouette davon ist einfach geil anzusehen nicht genug davon schwärmen wirklich von dem was wir gebaut haben wir tun naja eher weniger aber die festung da einfach bombe ich bin auch am überlegen eventuell den turm abzureißen und eine eigene art dahin zu bauen aber dann würde ich dieses let's play einfach noch weiter in die länge die deswegen ich das dann doch er lasse und dann vielleicht so wenn wir das letzte durch haben und dann bei diesen zwischen durch folgen dass man da gleich so was man machen kann wo es dann eh nur noch ums bauen geht also so dass der tag ist noch nicht ohne steht noch relativ weit oben eigentlich alles noch gleich vor sonnenuntergang wohl der geht da schon langsam unter bevor vor der nacht alles noch vielleicht aufbau und nehmen wir schon mal mit ja wir müssen aber auch langsam essen außer es auch schon am arsch und ab nach oben geben ganz schnell was essen wenn das bleibt auch schon mal hier aufhängen das klingt mir echt schön wenn wir jetzt irgendwie hier wieder regen hätten wir müssen hier rein das geländer baue ich noch nicht fertig weil wir hier erstmal hin wollen die stick ist kann ich eben noch platzieren da oben wo fehlt noch hier da 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 der wind bröhnt diesmal nicht so stark in die ohren aber der ist da das heißt dass ein gewitter kommt jetzt wieder demnächst dann haben wir endlich wieder regen dann können wir endlich wieder was trinken da da So, dann nochmal Stickies holen. Baumstämme. Ich glaube, es regnet jetzt wirklich. Es wäre so schön, wenn es jetzt wieder regnen würde. Die nehmen wir auch schon mal mit. Die nehmen wir auch schon mal. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir jetzt pennen gehen. Ja, dann lass mal pennen gehen. Kinken werde ich jetzt morgen. Ah, okay. Können wir noch nicht. Dann können wir das eben doch nach oben aufbauen. Wie fehlt uns hier noch? 21,72. Ah, da werden wir noch ein paar Mal fahren dürfen. Und hin und her. Um den fertig zu machen. Machen wir den hier fertig. Und hier fangen wir auch schon mal an. Müssen wir jetzt eigentlich pennen können. Dann gehen wir mal da hin. Was sagt er? Ah, noch ein bisschen. Warum regnet es nicht? Regen haben. Regen. Erhört mich, ihr Regengötter. Regengötter. Regen. Jetzt, jede Sekunde müsste es losgehen. Dann hier. und hier müssten wir den in den hier hin Ordnung muss ja gefällig sein und hier müssen wir den hier hin Warum wächst hier aber nichts mehr nach an den Heidelbeeren? Oder braucht das immer Ewigkeiten, bis das nachwächst? Ja, kommt. So. 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 haben wir es jetzt wieder voll ja dann müssen wir auch schon wieder da sein acht Federn über geht klar immer wieder da fest ja Vielen Dank. Du, 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 du. Komm. Wie viel fehlt uns hier noch? 47 von 72. Okay. Ist ja nicht mehr viel. Haben wir schon fast durch eigentlich. Kann man sagen. Wie viel brauchen wir eigentlich für die Dach? 28, das geht sogar noch. Und das hier würden wir dann 58. 32. Dann hier 72. Hier waren das jetzt 30. Hier sind 98. Der braucht am meisten. Ach du Scheiße. 98. Für den sind wir zweimal unterwegs. Hier 26. So, dann heißen wir noch einmal hoch und runter. Und dann müssten wir eigentlich wieder rüber. Holz sammeln. So. 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 was die letzten sieben die wir haben wir dann wieder rüber rennen dürfen das jetzt ein bisschen hunger wenn ich jetzt eben noch welches voll wenn wir hier anfangen holen wir uns noch mal den restlichen samen schauen wir mal wie voll wir den jetzt hier kriegen hier hätte ich gerne auch genauso wie da so die büsche auch wenn wir die jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr so voll haben auch wenn ihr jetzt auch vermutlich nicht mehr nachwachsen hätte ich trotzdem gerne da einfach weil wir dann da ein bisschen was grünes haben und hier dann auch noch so einen kleinen weg finde ich auch super und der letzte und er braucht ja eben nur noch ja nicht einmal 20 also 16 und er braucht ja 28 genau sie sind in der nächsten fahrt schon fertig beide dann haben wir diese hälfte noch fertig dann fehlt nur von da die hälfte das geil dann aussehen ich feiere das auch jetzt schon wie das hier aussieht und ich würde sagen den rest machen wir in der nächsten folge vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin es euer max deus und ciao ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020